Fabrik gut zum hammer schimpft sich das hier was hier hergestellt wird steht hier nirgends es ist ein richtiges gut 14. jahrhundert nicht 14. jahrhundert 16. jahrhundert das ist die kaiserburg auf dem weg nach sulzbach rosenberg noch mal zwei flüsse zusammen das nennt sich der 5-flüsse-radweg noch mal zwei flüsse zusammen das nennt sich der 5-flüsse-radweg hier suchte einer aus ich habe nur leider kein messer hallo ja weiter seid froh dass wir kein messer haben tolle landschaft hier auf dem weg nach sulzbach rosenberg ganz toll schöner redweg der nennt sich 5-flüsse-radweg der geht schon also ich sage mal von nürnberg geht ja schon bis schätze mal bis sulzbach rosenberg so vom feld macht man schon der erdbeer wird auch lecker ein gutes aroma juliano genau weißt du das die sind gut gebührt gut 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 ja jetzt gehen wir ins kleinbecken alle waren jetzt ziehen wir uns aus und machen uns die füße frisch das ist doch was schönes das tut doch gut tun gut noch mal hin das ist richtig idyllisch gelegen hier das Becken richtig toll hier ist die Staustufe und hinter mir hört man schon die Mühle gucken wir gleich mal das ist das Mühlereff für Stromerzeugung das ist Sulzbach-Rosenberg vom Radweg aus schön das ist wohl die Festung hier von Sulzbach-Rosenberg das ist das neue Rathaus ein herrlicher Brunnen das sieht aber gut aus hier das haben wir uns verdient heute so am heutigen Quartier in Sulzbach-Rosenberg sind wir angekommen natürlich oben auf dem Berg aber der Radweg der führt genau hier dran vorbei wo wir morgen zurückfahren da ist die Metzgerei da ist die Metzgerei und hier haben wir den Rest ein Blick von unserem Balkon Willi und ich wir wohnen hier oben gehen da in der Kirche da am Berg gehen da in der Kirche da am Berg also das ist unser essen was wir hier heute abend essen sollen wir sechs das kann man sich gar nicht vorstellen und brotkorb das gibt es überhaupt nicht die hätten uns aber verpflegt was man raus riecht ja es riecht so nach obstler so nach obstler wie das bei uns so was man bei uns kriegt das trinken heute mal ein tröpfchen haben sie selbst gebrannt nein das mache ich nicht auch dafür sind sie metzgermeister genau das ist schwer genug und dann noch das hotel haben sie viel um die rohre ich habe bisher immer geraucht und ab ersten ersten brauche ich nicht mehr und seitdem habe ich mit der lüge seitdem hat keine sauerstereien und einnehmen damit das hier die brotchen aufmachen und das kann da kommt mal ein punkt da machen die völlig zu gut da muss ich sofort anhalten und dann dauert es einen moment dann kriege ich wieder luft und dann kann ich wieder fahren am sonntag waren von uns auch drei ladelfahrer da also von der gegend aus lauf sind gekommen und die kommen immer öfter mal durch im sommer durch und die sind alle so naja 70 75 so in den dreh wir haben schon jahre her und dann habe ich sagen wir haben so neue räder naja ein bisschen älter werden wir neunter tag von sulzbach rosenberg nach weiden in die oberfels zum ziel so noch einmal getränke einkaufen jetzt geht es auf tour weiden in die oberfels das ist ein fahrrad eine skulptur die wir hier gleich mit einverleihen ich wollte mal leben Hier geht es in Hirchau, scheint der Dom von Hirchau zu sein. Jetzt sind wir auf dem Ehenbachtal-Rettweg. Jetzt sind wir auf dem Abtal-Rettweg. Kurz vor Lur. Noch mal ein Rückblick ab das Nabteil. Schau dich noch mal! Hat er da raushängen? Jetzt sind wir noch mal dicht an der Nab, kurz vor Weiden. Eine schöne Kornblume. Hier hat man so eine Schleife mit Wasser gemacht. Ganz toll. Bis das nicht in die Nab geht. Hoch mal ein Fahrrad. Ab in die Nab. Das ist unser heutiges Hotel und das letzte Hotel auf unserer Tour. Das ist das Tor zur Altstadt in Weiden. Das ist jetzt hinter dem Turbogen. Die Altstadt. Der Marktplatz. Das ist richtig toll, der Marktplatz. Toller Wagen. Tolle Reklame. Die Altstadt. Die Altstadt. Die Altstadt. Das war's. So, unser Biergasten hier in unserem Hotel heute der Abschluss. Nochmal schön essen und morgen geht es mit dem Zug nach Hause. Sehr schön. Jetzt nimmt er rot auf. Ja, genau. Klappkorn. Gut. Und worin mache ich es aus? Mit der Grün. Auch wieder auf den Roten. Ach so. Das ist unser reichlich gedeckter Tisch zum Abschied. Und die Tour so richtig beschließen. Richtig toll. Wenn man das so sieht, ja. Erner, der läuft dir das fast sein Mund zusammen. Mit Schweinshaxe. So, wir sind jetzt bereit zur Abfahrt. Julian hat schon die Fahrräder aus der Garage geholt. Wir packen alles auf. Erzählt ja gerade den Vorarbeiter noch einen Witz. So, wir sind angekommen in Hannover. Ja, die Fahrt war gut. Jetzt kommt die Verabschiedung. Und ich hoffe, dass wir das nochmal wiederholen. Irgendwann und nochmal wieder fahren. Tschüss. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft. Untertitelung des ZDF, 2020